hallo meine freunde und herzlich willkommen zu einer neuen folge ls19 wavenport in unserem desaster habe ich hier mal alles wieder so gemacht wie es vorher war einfach spiel abgebrochen ohne zu speichern das heißt unser unfug ist weg habe anschließend noch das feld 3 fertiggestellt so wie es war ist jetzt frisch gesät und einmal gedüngt und dann würde ich sagen auch nicht lang schnacken wir kümmern uns direkt auch um das nächste feld würde ich mal sagen und nebenbei kann ja mal ein bisschen erzählen ein stuhl ein bisschen umstellen hier gerade jetzt passt das mit der rückenlehne auch so headset kabel ist noch im weg gut dann holen wir hier mal auch noch die soja boden in die erde auf geht's so ja was gibt es noch neues ihr habt nichts wegen dem hydranten gesagt ihr konntet ja abstimmen was euch besser gefällt wo der hydrant hin soll da habt ihr gar nichts zu gesagt dann entscheide ich das werden wir am ende der folge wohl dann bei den tieren platzieren ich glaube das ist einfach praktischer und toll einmal anhaltend zukommt der hat natürlich vorfahrt kein bock dass der uns bis nach möppen mitnimmt ja ich sollte hier glaube ich ein vorgewende fahren wird besser ist das so ja heute wird auch wieder eine sehr kurze aufnahme session ich werde nur ein maximal zwei folgen machen höchstwahrscheinlich ja doch ja zwei folgen muss ich wohl machen sonst komme ich gar nicht hinterher und danach werde ich mal an mein ganzes setup hier gehen ich habe mir heute einen dritten monitor gegönnt und dazu muss ich ein bisschen umbauen und das will ich heute noch gerne schaffen oder zumindest anfangen und den größten teil schaffen damit ich bis wochenende fertig bin und wieder streamen kann wäre nämlich verdammt schade wenn das deswegen ausfällt außerdem habe ich ja in meiner freizeit habe ich mal so ein bisschen auf der verdammt wie hieß die karte wie hieß jetzt ich weiß gerade egal fällt mir bestimmt noch wieder ein auf jeden Fall eine monströse karte die ist so furchtbar groß also habe ich nur nicht gesehen die ist würde ich mal sagen doppelt bis drei oder vier mal so groß wie die nordfriesische marsch also meines erachtens nach müsste das dann weil die felder da auch einfach so ultimativ groß sind da habe ich mir ein feld genommen und bin dann einfach mal hergegangen und habe mir einen kompletten hof hingebaut also wirklich mit allem drum und dran jetzt weiß ich nur noch nicht ob ich eventuell dem anton die karte vorschlage für den server wo wir zocken wollen oder ob wir auf der karte das neue projekt starten oder ob ich es einfach als karte für mich lasse um mir einfach auch privat ein bisschen zu zocken da bin ich mir jetzt noch gar nicht so sicher egal wie es kommt wenn ich es halt auch für mich behalten sollte ich werde es euch aber mal zeigen also ich habe halt wie gesagt komplett auf dem feld mit dem mit dem landschaftsbau verschiedene höhen eingebracht auf dem hof mit felsenwiese sträucher ich habe auch einiges also wirklich eine ganze menge an neuen mods gefunden unter anderem ein komplettes hofpaket was ich da auch verwendet habe also andere ställe sind dabei andere lagerhäuser andere schuppen und weiß der geier was Deko ist da mit bei Büsche, Blumen und so ein Kram und da habe ich mich mal wirklich das hat auch bestimmt sechs Stunden gedauert bis ich den Hof so erstellt hatte wie er dann jetzt letzten Endes ist und habe mich da mal so ein bisschen ausgetobt zum Ende hin ja ging einem dann so ein bisschen ja nicht nur die Ideen aus halt auch die Mittel denn an platzierbaren Bäumen und Büschen und sowas gibt es jetzt halt auch nicht so die Mega-Auswahl aber ich habe mir halt Mühe gegeben dass es dennoch relativ gut aussieht jetzt habe ich da das Problem auf jeden Fall dass die Wege so klein sind und ich wollte halt einfach komplett die größten Maschinen mal nehmen und ich kriege die nicht mal bis zum Hof gefahren das ist halt das Problem die Felder sind wirklich so groß dass man mit mit so einer Seemaschine wahrscheinlich drei Stunden vier Stunden für so ein Feld benötigt bis es fertig ist weil die wirklich so ultimativ groß sind und ja da käme es halt ganz gut mit den großen Maschinen aber wie gesagt also die meisten sind so breit so hoch dass die Karte es einfach nicht hergibt dass ich mit denen da drauf rumfahren kann ist ein bisschen ärgerlich ich muss mal gucken was ich da mache ähm ja das mal so als nebenbei ja wie gesagt Mods haben wir wirklich ohne Ende wir haben neue LKWs wir haben neue Schlepper ein Klaas Axion ist dabei LKWs sind zwei amerikanische Trucks das ist ein Peterbilt und ein Mac wir haben einen Holmer ähm Terra Variant habe ich gefunden auch richtig groß geworden also mir zum LS17 ist das ein Monster ich weiß auch echt nicht ob der wirklich so groß ist in 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 real also es ist wahrscheinlich eine neuere Version nicht nicht mehr der alte aber der ist wirklich älter ist der groß ja dann haben wir noch Fliegel Überladestation habe ich gefunden ähm ein Krone TX430 Überladewagen ähm habe ich auch noch mitgenommen ich habe die auch eigentlich weitestgehend alle hier mit drin ich kann euch ja in der nächsten Folge oder besser gesagt wenn wir das Feld fertig haben ja einfach mal ein paar neue Mods noch zeigen nicht aufs Feld ja kleine Ecke ist ok so und ich überlege auch ob ich hier jetzt mal einfach einen Zeitraffer rein haue bis wir das Feld hier fertig haben dann schaffen wir es wenigstens diese Folge kann am Ende vielleicht noch die Mods zeigen ja da haben wir auf jeden Fall ja wir machen das ich haue hier jetzt einen Zeitraffer rein mache das also mal eben fix fertig und dann sehen wir uns gleich wieder bis zum nächsten Mal bei Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.